Hallo zusammen, kleiner Hinweis vorab. Bis auf weiteres wird es nur noch Fahrradtouren als Video geben. Für die nächsten drei bis sechs Monate leider keine Bikepark- oder Mountainbiketouren mehr. Stattdessen am Sonntag eine ca. 40 Kilometer lange Runde mit Brigitte zusammen durch den Westerwald bei Superwetter und einem Indien-Sommer-Fail gemacht. Die Route ging über den Knoten, Wengerskirchen nach Neunkirchen und dort zum Hofcafé Brechelbacher Hütte. Weiter nach Westerlohr und Rennerroth an der Krombachtalsperre vorbei und wieder zurück nach Hause. Eine wirklich entspannte Runde durch den Westerwald. Die Runde und Ecke werden in der Krombachtasperre gibt. Die Runde haben brennendlich gepackt von Westerwald, die wir aus der Krombachter erraten. Die Reaktion die Runde und Ecke werden mit der Krombachter verraten. Die Runde wurde in dieser Krombachter und bis zum Vesterwald mit einem Knoten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.